recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge nummer 17 von voxel tycoon ja letztes mal haben wir melderichstadt angeguckt da wollten wir zwei bus haltestellen machen und ich denke mal das werden wir gleich angehen das machen wir alles natürlich nach dem intro und ja hier ich glaube die fahren aber naja da geht was voran okay dann würde ich sagen bis gleich so dann gucken wir mal melderichstadt war hier oben der bus haltestelle das werden wir dann gleich einrichten und das hier bei straße ich hoffe es nach terminals doppel bus haltestelle machen wir eine doppel bus haltestelle ja machen wir doppel bus haltestelle müssen die gerade drehen und immer da war die okay das haus muss mit rein und ich glaube hier unten hatten wir noch eine bei melderichstadt das gucken wir noch mal wo ist eine hier ist eine das bedeutet durch die kreuzung geht hier oben ist eine das haus hier brauchen noch eine bus haltestelle im prinzip wäre das dann wahrscheinlich hier so das ist abgedeckt aber das nicht wir müssten eigentlich hier so ungefähr wahrscheinlich bus haltestelle bauen und ich würde jetzt tatsächlich sagen warum nicht dann müssen wir noch eine straße anschließen und weil der dreht da und fährt dann weiter anpasst oder okay ich glaube das waren die zwei bus haltestellen die wir brauchten jetzt müssen wir den stadtbus neu erwischen der hier ist melderichstadt transfer melderichstadt oben okay da müssen wir jetzt schauen und wo kommt da melderichstadt nebengleis ist hier wo kann ich bearbeiten da nebengleis ist da und vom nebengleis fahr mal dahin und machen wir einen transfer da raus melderichstadt drei ist das tatsächlich eigenes verhalten gibt es da okay das können wir so lassen und dann haben wir hier oben ja noch melderichstadt halt ist da melderichstadt halt ist da da ist melderichstadt halt das würde bedeuten zwischen halt wo ist transfer transfer ist da eine mitte kommt da noch einer dazwischen und das ist der transfer melderichstadt zwei und dann können wir hier noch mal halt machen oder ja dann können wir da okay klicken und dann ist diese stadtlinie wieder geändert passt oder haben wir hier letzt mal geguckt weiß ich gar nicht kommen aber jetzt noch mal gerade reingucken ich glaube ja noch nicht geguckt also hier ist ja gut wo sind weitere bushaltestellen da oben und wo ist dann noch eine war da im zentrum das sind die das sind die okay das bedeutet hier muss auch eine hin okay die würde dahin gehen würde aber wahrscheinlich nicht alles abdecken diese deckt das ab warte mal wenn ich die noch mal ins visier nehmen deckt die bis dahin ab okay knapp vor der kante da das ist da das ist da also hier muss eine hin um diese häuser abzudecken das nimmt er damit das nimmt er damit diese häuser da müssen dorthin ich würde sagen so oder eigentlich sogar eher das haus wird da nicht abgedeckt das heißt wir müssen das noch mitnehmen ja so machen wir mal so das funktioniert so nicht aber so funktioniert es ne ok terminal doppelbushaltestelle hier haben wir da haben wir das heißt hier fehlt es wahrscheinlich auch wieder wo ist hier oben nirgendwo ok das ist richtig groß gewachsen hier ich finde gar nicht das ist bis dahin das ist bis dahin doch das haus ist noch drinnen das haus ist nicht die beiden häuser sind nicht drinnen das heißt hier muss irgendwo die bushaltestelle da sein tja rotieren und teuer einkaufen oder wie ist das ne geht ja hier gar nicht ne wenn ich jetzt rotiere würde es so gehen ich glaube die nehmen war ist zwar teuer aber die nehmen war also ich hätte da oben noch hingehen können so jetzt haben wir das bis dahin ich glaube ja diese häuser sind noch nicht die häuser sind auch nicht das hat er aber da also diese beiden hier die sind das ok da brauchen wir gar nicht weiter reden da müssen wir ein feld für frei machen da geht das nicht hier geht es hier geht es das war da das war da das bedeutet wir müssen hier irgendwo auch noch eine bushaltestelle hin haben und zwar die beiden sind drinnen ist es hier oder wer ist da ich denke mal es ist hier ne ja bau es da hin fertig so dann haben wir hier auch was dazu bekommen jetzt müssen wir nur gucken die linie wo ist hier der bus da ist einer heubach nordwest heubach stadtbus bearbeiten so wir haben jetzt heubach südost und heubach nordost heubach nordost ist da unten halt hinzufügen ist dann südost nordost südost und dann kommt wieder hier unten noch nordost einbauen nochmal damit er dann nochmal hin fährt so das wäre dann da gegeben dann haben wir heubach nord müsste zwischen heubach nord heubach nordwest heubach transfer heubach süd heubach nordwest heubach nordost war das ne genau dann würde es hier zwischen kommen den halter rein bauen mit transfer dann kommt das von nordost wieder zurück fährt nach südost fährt nach nordost von nordost geht die reise nach heubach süd heubach heubach transfer heubach süd da ok angeschlossen ist natürlich alles ne heubach nordost fährt dann nach heubach nord heubach ja eigentlich wäre das jetzt richtig dass er da erst hin fährt und dann nach heubach süd aber ich glaube die linie ist doch nicht so doll aber ich lass das mal so und jetzt müssen wir mal gucken wie viel gibt es denn hier eins zwei drei vier fünf sechs und im zentrum ist die siebte bus haltestelle hier nochmal die linie süd oder so brauchen wir gar nicht bearbeiten süd nordwest transfer 1 2 3 4 5 5 6 6 nord ne sind nur 6 kann sein dass transfer fehlt süd nordwest doch ne transfer ist auch da warte mal lass uns noch südwest gucken äh südwest fehlt noch ne ja heubach südwest heubach transfer dann doch bearbeiten von transfer fahren wir dann nach heubach südwest und von heubach südwest fahren wir dann hier nach heubach transfer zurück so dann ist die linie wieder gut erledigt haben wir auch geschafft so jetzt ist nur die frage kann man irgendwo sehen wie viele leute da so rum fahren details statistiken geld verdienen 800 betriebskosten entfernung zurücklegt zehn kilometer heißt er der stopper ja jetzt ist da natürlich schwierig zu beurteilen wie viele leute stehen denn da fahrzeuge können laden also hier stehen reichlich leute ne transfer ist da achso ich muss hier hin und dann da drauf klicken ja ich glaube wir können da definitiv ein bus draufsetzen der noch mehr da ist stadt bus melderichstadt ja haben wir das geld ja sollten wir haben kaufen bus kaufen auswählen individuelle route nicht sondern stadt bus melderichstadt starten starten den haben wir jetzt ist das der der folgen war jetzt nicht aber wir wissen dass der es ist so und dann hatten wir noch das ist falsch da stehen genug leute da stehen genug leute wir haben da noch ein bus drauf gemacht und das ist auch gut so der fährt der melderichstadt ja das war jetzt aber nicht so geplant ich wollte eigentlich heubach nehmen aber ist jetzt auch nicht so schlimm heubach 3 heubach nur 2 heubach 6 das ist falsch das sind 12 10 11 ich glaube da können wir trotzdem einen draufsetzen selbst hier der entfernt hernte punkt stadt bus heubach kriegt auch noch ein fahrzeug macht sinn ne gut statistiken da sieht man jetzt nicht so viel ne kaufen bus geld ist da kaufen wir fahrzeug sitzen wir auf stadt bus heubach heubach und los geht die reise also das ist schon hier das ist der flappern das sind die details ich hoffe mal dass das mit dem geld dann passt fahrzeug ersetzen fahrzeuge ersetzen fahrzeuge ersetzen keins ne ok dann haben wir das alles soweit geschafft wir haben jetzt hier keinen stau das ist schon mal gut das ist mal da oben gucken da fahren sie auch ist auch gut hier steht gerade sogar keiner noch besser so forschung 73 von 135 die läuft noch ich hoffe da kommen auch irgendwie fahrzeuge an wir machen mal gerade eine stufe schneller ja da steht gerade einer es kommt was rein das heißt das wird auch verarbeitet wir haben hier eine meldung steine haben wir nicht deswegen sind die an einer insolvenz die werden auch insolvent sein das ist aber nicht schlimm hier geht es voran das passt auch ich denke wir haben heubach wir haben melrichtstadt das heißt wir gucken uns nächstes mal wirkes transfer an und gefress und dann müssen da auch vielleicht haltestellen hin könnte hier zum beispiel sein oder hier sein sehen wir dann in der nächsten folge würde ich mal sagen ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wer jetzt nächste video lade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao